Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Starfield, Stardew Valley, wollte ich sagen. Okay, wir waren da ja letztens, wir haben das eine Frühstück nicht. Da ist Heli, okay. Ich gehe jetzt mal ganz kurz so die komische Pflanze da holen, die ich noch brauche. Sonntag, ich müsste auch in die Wüste, ja, da. Habe ich noch, ja. Ja, wir haben hier langsam kritische Masse. Ihr müsst euch nur ein bisschen mehr vermehren. So, ihr, sie kriegt einen Kuchen. Tulpa, Tomate, ein Ei. Hier ist nichts, was ich benötige. Ist der Schleimi im Baum? Da ist ein Schleimi im Baum. Der kommt nicht mehr raus. Seht ihr? Da ist er. Da ist ein Schleimi im Baum. Wir befreien dich, Schleimi. Ja, das war befreien. Wie kam der in den Baum? Okay, die Pflanze ist im Winter nicht hier. Das ist schlecht. Ja, die Pflanze ist im Winter nicht hier. Das heißt, das kann ich vergessen. Ah, Mist. Wo kriege ich noch die Pflanze? Nur im Dungeon, glaube ich. Wie viele Schleimi es mittlerweile hier sind. Aber ich muss die, diese Pflanze doch irgendwo auf Lager haben. Bin ich mir doch sicher, dass ich die irgendwie irgendwo habe. Und in welchem Dungeon die wohl drin ist, die Pflanze? Ich glaube, im Normalen, oder? Hm. Ich hasse das, wenn ich meine Zuschauer enttäusche. Ja. Ist einfach Mist. Also ihr auf YouTube, die einfach normal zuschauen, ja, für euch ist das okay. Ihr kriegt das ja nicht mit. Aber für die, die hier gerne live zuschauen, ist das echt blöd. Hm. So. Ja da. Gut. Dann gehen wir in die Wüste. Geben das mal ab. Habe ich eine Blume für... Wir haben ihr schon zwei Blumen gegeben. oder? Für die Woche. Wo ist denn? Sind die hier? Sind die noch keiner? Okay. Blume? Da zählt jetzt hier auch mit, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das mit Sandy war. Sandy? Ich will ganz kurz wissen. Ist das egal? Das sollte... Ja. Das wäre die Blume. Okay. Mein Internet spinnt ein bisschen. Hm. Okay. Die Blume kann ich ihr bringen. Ja, Aufnahme läuft noch. Okay. Ich dachte ganz kurz, die Aufnahme gestoppt. Okay, zuerst zu Sandy. Schön die Blume abgeben. Oh, ich liebe diese Geschenke. Ja, gut. Du siehst, wie ausgetrocknet aus. Okay. Hier ist es immer sonnig. Sogar im Winter. Ja, ist schön, oder? So, Jade. Habe ich hier noch ein bisschen Jade? Eine kleine Kiste. Hier ist kein Jade. Keine Jade. Ja, da. Ja, darauf arbeite ich noch hin. Da. Ist doch schön. Liegt das daran, dass ich momentan so unfassbar viel hoch klare und dass YouTube da einfach keinen Bock drauf hat? Weil ich habe gestern ja auch wieder unfassbar viel gemacht. Aber das wäre ja irgendwie seltsam dann. So. Oh, wir haben wieder einiges. Hier. Hm. Okay, wo könnte ich jetzt noch hin? Ich könnte noch mal 18 Uhr, das könnte sich ausgehen. Wenn ich Kaffee habe ich. Wenn ich schnell genug bin. Weil er wird oben sein. Der Sashimi-Junge. Oh, hi. Aber ich habe... Die habe ich ja schon. Auf Maximum. Und hier habe ich ja den Tee bekommen. Ach ja, den Tee wollte ich ja auch noch machen. Habe ich auch komplett vergessen wieder. Ja. So. Er ist nicht hier. Er ist genau rausgegangen, wo ich reingegangen bin. Ey, wie viel Pech kann man denn haben? Hier. Das mag ich am allerliebsten. Ja, ist mir schon klar. Deswegen habe ich dich auch die ganze Zeit gesucht. So. Schleimis. Da ist sogar ein Baby-Schleimi dabei. Und ich wollte mal bei ihm mal fragen. Komm wieder, wenn ich irgendwas geschafft habe. Was fehlt noch? Skelette. Fehlen noch Staubgeister. Ja, wollen wir ein bisschen Staubgeister töten? Einfach so aus Fun heraus. Einfach, dass wir es abschließen. Die sind ja hier ab 50, oder? Hier, Staubgeister. Äh, mein Schwert. Hier ist halt mir egal. Da, Staubgeister. 500 Stück von denen fehlen noch. Okay. Die haben sogar einiges fallen lassen. Die Geister, glaube ich, brauche ich auch noch. Da ist ein Fisch. Den nehme ich gern. Aber den habe ich schon. Komm her! Ja, bleib stehen! So, Staubgeister. Hier. Hier nix Staub. Bisschen Eisen. Ah ja, ein paar Bohnen könnte ich dabei auch sammeln. Wäre gar nicht so schlecht. So ein bisschen nebenbei. Ich will jetzt aber eine Treppe nach unten und nicht hier. So, das hole ich noch. Und weiter. Da liegt einfach eine Waffe jetzt. eine Bohnen. Da ist ein Geist. Ja, das brauche ich nicht. Noch irgendwo ein Staubgeist. Nein. Nein. Also, weg hier. Staubgeister. Schnibbeldi, schnapp. Alles ab. Eine Bohnen. Eine Bohnen. Perfekt. Bisschen Bohnen sammeln. Jede Bohne ist auch eine Frucht, könnte man sagen. Eine Frucht mehr, was ich habe. Da brauche ich keine Saat draus machen. Komm hier. Gedermaus, danke. Kann ich das einsammeln? Weg mit euch. eine Bohnen. Interessiert mich nicht die Bohnen. Haha, ich bin witzig. Ja. Okay, ich muss pennen. Das sind wieder drei. Aber die Kohle kann ich schon mitnehmen, ja. Bohnen. Geht hier auch irgendwo weiter. So. Hier mein Geist. Danke. So, ich habe jetzt ganz wenig Zeit. Ja, komm. Das mache ich nicht mehr. Ich teleportiere mich nach Hause. Dann lege ich die hier noch ab. Wo habe ich die jetzt? Sechs Bohnen. Perfekt. Ein Fisch. Geoder. Brauche ich nicht. Aber ich gehe jetzt schlafen. Wir gehen pennen. so. Ja, er hätte heute Geburtstag. Oh, nein. Übermorgen. Übermorgen ist Festival und da gehe ich immer gerne einkaufen. Drei gleichzeitige Zuschauer. Funktioniert es wieder? Wird mich wundern. Falls das gehen würde. Falls das Stream funktioniert. Hier ist kompletter Stream abgebrochen. LOL. Heute ist echt schlimm. Heute ist echt schlimm. Hi, Rocky. Hi, Rocky. Wie sieht es hier eigentlich mit der Reife aus? Immer noch Gold Status. Nehme ich. Und heute ist wieder Erntetag. Okay. 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 Ah ja, ich brauche zuerst Glück. Und ich muss das abgeben. Ja, Luna. Alles gut. Hier einfach ein bisschen was reinballern. Nein, das brauche ich nicht da drin. War ein Fehler. Stein. Nö. Ich habe doch Kohle auch, oder? Habe ich die gerade rüber gezogen? Total instinktmäßig. Egal. Hier. Weg damit. Geh oder Steine. Steine wieder voll. Dann Geh oder hier hin. Das. 150. Drüben habe ich auch 100. Das heißt, ich brauche nicht mehr allzu viel. Das freut mich. Kartoffeln. Den Rest kann ich eigentlich verkaufen. Fledermausflügel behalte ich. Ja, komm. Weil hier Platz ist. Rest verkaufe ich. Obwohl die blauen Früchte behalte ich noch. So, für Clint nehme ich ein Stück Eisen mit. Soll ich noch eine Blume für für Ja, ich ja, ja, okay. Ich nehme noch eine Blume mit und dann muss ich mal die Ernte zuerst machen. Und schon wieder laggy. Ey, ich dreh durch, Alter. Es tut mir so leid, Leute. Echt. Also für die im Livestream es tut mir echt leid. So nachträglich. Hier schauen immer mehr Leute rein, aber sie werden rausgeschmissen von YouTube. Das ist einfach nicht nicht cool. So. Hier drüben ist alles fertig. Okay. Ich glaube nicht mal dass der Chat funktioniert gerade. Echt? Kannst du dir nicht ausdenken, was heute abgeht? Naja, hab ich kaum. Nein! Nein! Gut. Äh. Ah. Gut, gut, gut. Was ist da? Ist da? Da ist irgendwas. Ah, okay. War einfach ein Loch. Jetzt sind die halt. Ah, Leute. Hab mich wieder verdrückt. So schnell kann es gehen. Mhm. Oder sehe nur ich den Chat nicht. Kann das sein? Nein, der Chat bleibt stehen. Okay. Sind auch ein paar von den Saat-Replikatoren äh, zerstört worden? Glaube ich. Hm, 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 hm. Okay. Ich hole das mal hier. Die kommen mal da rein. Und dann hier wieder auffüllen. Hier unten ist doch nichts fertig. Ja, eins. Hm, 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 hm. Ach. Wieder traumhaft hier. Du, 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 du. Ist ruhig. Ist schon sehr ruhig. Für den Livestream. Hm. Hm. Die nehm ich mal. Und den Rest gebe ich ab. So. Jetzt können wir uns um Clint, das kleine Mädchen, können wir uns drum kümmern. Ich gehe mal hier unten lang. Heute ist Montag. So. Ich brauche schlechte Milch, Leute. Ihr müsst schlechtere Milch produzieren. Bitte. Das ist wichtig. Ich brauche schlechtere Milch. Ich habe mich jetzt gerade ausgelacht. Wieso arbeitest du nicht? Montag? Okay. Ah, ich wollte ja eigentlich zum Mädchen. Wo ist die? Ist die in der Schule? Oder beim Baum? Hm. 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 Ja, die ist beim Baum. Hier. Ich habe eine schöne Torte für dich. Hm. So. Okay. Hallo. Wo ist das kleine Mädchen? Vielleicht in der Bücher. Äh. Ups. Ich habe ja ich habe ja jetzt gerade was gegeben. Also. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Antworten bitte in den Chat. Kommt heute nichts mehr. Ah. Nein. Äh. Clint. Hier. Geschenk. Bisschen cooler Typ. Erz brauche ich nicht. Bioden aufbrechen. Ja komm. Mach mal. Habe ich leider schon. Habe ich auch schon. Eine Bohne. Ist nicht schlecht. Ein Stück Kohle ist okay. Kann ich die Bohne vielleicht bei ihm abgeben? Okay. Das wird wohl nichts. Dann Sashimi abgeben. Äh. Wo kann ich denn hier? Ich muss niesen. Entschuldigung. Meine Güte. Wieso ich da meistens unterm Tisch gehe? Nur. Dass es nicht allzu laut ist. Das ist halt so mein Gedanke dahinter. So. Ist er da? Ja. Ist er da. Ausnahmsweise bist du mal da wo du sein solltest. Ups. Hier. Ja. Bisschen cooler. So. Äh. Wer fehlt jetzt noch? Torte habe ich abgegeben. Ich brauche die komische Pflanze. Hm. Hm. Ah. Okay. Äh. Sandy. Wo bist du? Sandy. Ciao. Sie hat sich gerade erschrocken. Dass ich auf einmal weg bin. Sandy kriegt eine Blume von mir. Ich sollte wirklich auf die Insel mal. Äh. Ja. Hier. Sandy eine Blume. Ich weiß. Du magst das. Okay. Düp, düp, düp. Das ist lustig. Manchmal funktioniert das einwandfrei hier. Hier nicht, aber ja. Spannend. Heute echt spannend. So. Und das regt mich ein bisschen auf. Nein. Es ist ja schön, dass hier die Musik gespielt wird, die ich mag. Aber immer wieder die gleiche. Obwohl ich... Soll ich jeden Tag einstellen? Weiß ja nicht. Hier. Also was. Ah, es ist schön. Ah, es ist... Heute ist ja Festival, oder? Äh. Ist es nicht heute? Ah, ich will das nicht verpassen. Da kann man coole Dinge kaufen. Festival. Ist nicht, nein. Doch, es ist. Ich hab's verpasst. Äh. Hier schnell. Was hast du im Angebot? Neh mich. Neh mich. Äh, Süßkartoffeln. Ne. Apfelbaum. Neh. Kürbiskuchen. Neh mich einfach mal. Erdbeeren brauch ich nicht. Schönes Schlangenbild. Komm. Habe ich ersteigert. Richtig faszinierend. So einen Waschbären kaufe ich mal. Knoblauch. Ne. Äh. Er hat halt immer coole Sachen. Hm. Okay. Morgen kann ich da noch ein bisschen was kaufen. Bitte einen Kaffee. Okay. Ja. Fischen brauche ich jetzt hier auch nicht. Kann ich nicht rufen. Okay. Ab nach Hause. Dün, 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 dün. Ist so süß. Dün, dün. Oh. Hier wurde produziert. Das hier kommt weg. Ich habe einfach zu viel Stuff mit. Ich muss davon eigentlich alles abgeben. Deko Krams kommt hier rüber. Deko, das hier. Das hier, das hier. Kann ich auch hier reinpallern. Obwohl, nein. Ich habe ja extra für Fische. Eine eigene Kiste. Wäre klüger. Wenn ich die auch nutzen würde. Hm. Ja, Muscheln kann ich hier auch platzieren. Gut. Dann. Wird Wein produziert. So, wie viel habe ich? Auf Lager. Das reicht nicht. Das heißt. Blueberry. Es wird wieder Blueberry produziert. Blueberryweiner. War ja, hallo. Funktioniert das wieder mit dem Chat? Wird mich wundern. Läuft der Stream wieder einigermaßen? Hat er aufgeholt? Oder ist er immer noch so laggy? Wahrscheinlich. Laggy. Ja, da ist ein bisschen laggy hier. Also, bei den anderen läuft es nicht. Nicht mal bei mir. Läuft es richtig. Oh, schade. Ja. Wirklich schade. Ah ja, und nochmal danke, Vario. Das war fies nett von dir. Wirklich danke fürs Geben. Ich wollte mir das eh eigentlich kaufen. Aber das ist ja klar. Das ist ja in der Wunschliste gewesen bei mir. Wir sind ja Freunde auf Steam. Deswegen, ich war ein bisschen verwundert. Wie das ging. Das war wirklich eine Überraschung, ja. Ah ja. Alles mitnehmen. Das wird verdammt viel Asche. Und nicht mehr viel. Und ich habe meine 10 Millionen. Dann kommt endlich die Uhr. Dann habe ich die. Unfassbar teure Uhr. Okay. Weg damit. Kuchen ist am Start. Okay. Wow. Gut gemacht. Was mit den 10 Millionen. bald fertig. So. Was wollte ich hier? Genau. Ja, viel dauert nicht mehr. Äh. Viel dauert nicht mehr. Gut Deutsch. Ich spreche. So. Hier cooler. Ah. Hier ein bisschen Eisen reinlegen. Aber die Woche kommt ja auch relativ viel noch. Zwei angespielt kommen diese Woche noch. Das ist auch. Jetzt habe ich sechs Zuschauer. Wie geht das? Und jetzt leckt es. Genau wo ich rüber geguckt habe, leckt das Video wieder. auch hier. Hier ist es. Es schauen zu viele Leute zu. YouTube will nicht, dass ich größer werde. Das ist der Grund. Nein, nicht die Bohne. Äh. Das hier. Hm. Und jetzt sind es wieder drei. Lol. Heute wieder wild. Jetzt 20 Uhr. Normal. Jetzt muss es gehen. Ja, vielleicht sind wieder im Dorf zu viele Leute im Internet. Das kann sein. Hm. Das ist ein düster Mann. Seid ganz leise. Oh, ich bin eingeschlafen. Gut. Ich habe heute... Bei Stardew Belly? Ja, sicher. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall macht es aber Spaß. So. Ähm. Oh, ich bin wieder in Überlänge, Leute. Äh. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo und vielleicht die Glocke da. Oder klickt die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Hau euch lieb. Ciao, ciao. Haha.